Moin Moin und herzlich willkommen liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Hier ein kleines mini 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 Zwischenprojekt. Ich weiß nicht, ob noch weitere Folgen oder weitere Aufnahmen dazu folgen werden. Auf jeden Fall zocke ich gerade intensiv das Spiel Watch Dogs 2. Ja, und da gibt es so schöne nette Online-Koop-Missionen. Und die habe ich mit meinem Kumpel Jan zusammengezockt und einige haben wir davon aufgenommen. Und eine davon möchte ich euch in dieser kleinen Aufnahme kurz zeigen. Vorweg sei zu sagen, dass die Audioqualität leider nicht sehr gut ist. Jedenfalls von mir, Jan, es geht einigermaßen. Meine ist nicht so gut. Ich nutze das Playstation-Headset und davon wird auch mein Audio aufgenommen. Ich habe direkt von der Playstation 4 aus aufgenommen. Und deswegen ist mein Audio sehr blechernd, metallisch, hohl. Hört sich auf jeden Fall nicht so schön an wie mit meinem USB-Mikrofon, was ich jetzt hier benutze. Ja, das wollte ich nur kurz gesagt haben. Und ja, Watch Dogs 2, ich labere immer gerne viel, das wisst ihr ja. Watch Dogs 2 ist von Ubisoft ein Hackerspiel. Und es macht auch besonders im Online-Modus ziemlich, ziemlich viel Bock. Und ja, ich dachte, ich zeige euch da einfach mal ein kleines bisschen. Und ja, wünsche euch jetzt ein wenig Spaß. Vielleicht habt ihr Lust, das anzugucken. Naja, wie dem auch alles sei. Wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt kommt erstmal die Aufnahme. Viel Spaß beim Zugucken. Oh mein Gott, da kommt ein Auto hoch. Das habe ich nicht verstanden. Er ist aus. Kann ich den jetzt eigentlich auch töten? Ja, wenn du ein paar Mal drauf einschlägst, ja. Dreimal, glaube ich. Weißt du den nicht? Nö. Zweimal, ja. Verdammt, ich werde schon wieder gesehen. Fast. So, die Option ein bisschen schließen wir jetzt gleich ab. Da habe ich schon für gesagt. Oh, ich habe meine Drohne gerade verstört. Die Effekte, die jetzt sind. Was machst du gerade? Ich stehe hier nur dumm rum, gerade, äh, sitzt, besser gesagt, in Deckung. Aber ich habe das Gefühl, ich will mich nicht entdeckt. Nee, noch nicht. In der Regel, ab ins Wasser. Scheiße, da kommt einer. Scheiße! Oh, verdammt. Fuck, 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 fuck. Oh, Macke, hatte ich ein Glück. Ja, komm schon hierher. Ich... Ich... Ich brauche deine Hilfe. Ja, warte, komm. Ja, komm hierher. Komm. Du hast es ja noch gar nicht gestohlen, ne? Nee, ich habe es noch liegen lassen. Pass auf! Hab ihn verloren! Was soll man denn da stehen? Weil wenn ich da jetzt raufdrücke, dann nehme ich seine... Ich habe es, ich habe es. Der kann abgelenkt, ne? Aber das hält nicht mehr lange. Warte, ich komme gerade zu dir. Komm hinter dir. Fuck, er kann nicht nochmal abgelenkt werden. So, der andere sieht mich gerade nicht. Also schalte ich den jetzt los. Da kommen wir noch nicht rein, weil hier vorne das Ding noch ein offenes Warte. Und nicht gehackt ist. Warte, nicht reingehen, nicht reingehen. Jetzt. Warte, ich kann mir jetzt abhauen. Wir hauen auch ab. Oh, verdammt. Falsch ist die Taste. So, ich bin jetzt draußen. Achtung! Die Kuckern sind in eine Richtung. Deswegen meine ich nur... Also, ich halte jetzt ab nach draußen. Ich habe ihn noch getötet. Sind die noch welche? Ne. Schnell weg, ja. Was ist mit dem Roboter? Wow. Ja, das war ne perfekte Mission! Ach, und das muss mir schütteln, naja und das muss mir schütteln, naja und das muss mir schütteln, auf dem die wir schütteln, naja